Die Kinder wird interessieren, wann ich angefangen habe für Kinder zu schreiben. Das war 1968. Da habe ich mein erstes Buch geschrieben, das hieß Der tätowierte Hund. Zwei Jahre vorher habe ich allerdings auch schon geschrieben, aber nicht für Kinder, sondern für Erwachsene. Etwa ein Hörspiel für den süddeutschen Rundfunk, der Turm im See, Gedichte, eine Funkerzählung. Und erst durch die eigenen Kinder, die so, oder ich muss sagen, der Älteste, der Michael, die anderen waren noch zu klein, der so geschichtenhungrig war, dass er fünfmal am Tag sagte, Papa, erzählst du mir eine Geschichte? Da kam ich drauf, ihm Geschichten zu erzählen, die von Mal zu Mal bei jedem Erzählen noch ein bisschen mehr ausgebaut waren. Und es war keineswegs so, dass er sagte, die Geschichte hast du mir schon mal erzählt, sondern er hörte gerne die Geschichten, die ich schon einmal erzählt hatte. Ja, und irgendwann hatte ich so einen Vorrat an Geschichten, dass ich dachte, jetzt könnte ich es mal versuchen, ob ich vielleicht einen Verlag finde. Vielleicht ist es so, dass nicht nur meine eigenen Kinder diese Geschichten mögen, sondern auch andere. Ich habe die Geschichten an Oettinger geschickt und siehe da, ich habe sofort die Antwort bekommen, ja, machen wir. Und daraus ist dann entstanden Der tätowierte Hund.